Neu Klick. Der momentane Punktestand Landshut in Führung mit 22 Punkten vor die MSC Old King 16, dann Herbstheim 11 und Neu Klick mit 5 und wir sitzen bei der Nr. 10. Das ist ein paar Programmänderungen. Für Landshut zu streiken ist die Startnummer 1 Dennis Helfer und dafür fährt die Startnummer 17 E.K.L. Herzl. Unverändert die Startnummer 5 für die Herbstheimer Franz Wickelhofer für den MSC Neu Klick, Dennis Hesse mit der Startnummer 10 und für den ... Entschuldigung, ich muss nicht mal losen. Für die Startnummer 15 Kevin Kieger werde ich Startnummer 20 Mal in den Grobauer für den MSC Old King. Rennen Nr. 10. Renname Nr. 10 Stefe in den Herzen in Führung vor Frank Kieger Schuhbauer Und der Weiß ist Ergel und Schuhbauer Landzug gegen Euthy Ja, da bin ich richtig gespannt Der Schuhbauer Michael Herschel Geht schon, da war die Oberer Letzte Umweg So, und ein Problem hier bei Michael Herschel Ein Ausfall in der letzten Kurve kostet eben den Sieg im Rennen Nr. 10